Sonja von Norwegen feiert 56 glückliche Ehejahre mit Harald ihr ungewöhnliches Liebesrezept, Sonja von Norwegen feiert ihren 87. Geburtstag und kann gleichzeitig auf 56 glückliche Ehejahre mit ihrem Ehemann Harald zurückblicken. Das Geheimnis ihrer langen und glücklichen Beziehung liegt laut Sonja in einem ungewöhnlichen Liebesrezept. Die norwegische Königin betont, dass Kommunikation und Respekt in ihrer Ehe oberste Priorität haben. Sie und Harald nehmen sich regelmäßig Zeit, um miteinander zu reden und einander zuzuhören. Auch in schwierigen Zeiten haben sie gelernt, offen miteinander über ihre Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Darüber hinaus legen Sonja und Harald viel Wert darauf, sich gegenseitig zu unterstützen und zu ermutigen. Sie feiern die Erfolge des anderen und stehen ihm in schwierigen Momenten bei. Durch diese gegenseitige Unterstützung haben sie eine starke Bindung aufgebaut, die sie durch alle Höhen und Tiefen getragen hat. Sonja von Norwegen und Harald zeigen, dass eine langanhaltende und glückliche Ehe möglich ist, wenn man sich Zeit nimmt, miteinander zu reden, einander zu unterstützen und respektvoll miteinander umzugehen. Ihr ungewöhnliches Liebesrezept könnte also auch anderen Paaren helfen, eine erfüllte Beziehung zu führen.